ein neuer tag ein neuer booster und damit wieder herzlich willkommen hier auf meinem kanal ach jetzt habe ich die geistige stabilität verrissen los geht's heute mit anbetung des maat maske der triune akkolyt der bruderschaft visionär der bruderschaft folterer der bruderschaft sündenbock ermittler der bruderschaft dann die erste ankommen pila fanatiker des schwarzen windes aus dem selben holz geschnitzt und die rare karte hildred kastein zukünftiger herrscher amerikas sehr nice eine karte mit eigenname dann bedanke ich mich bei euch wieder fürs zuschauen und ihr kennt das wir sehen uns in der nächsten folge wieder wenn ihr wollt bis dann ciao bis dann